Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück in Star Stable. Ja, wir sind immer noch im kalten Tal. Wir schauen mal bei Nick, was er da für uns hat. Erforsche den östlichen Teil des Kraters. Nun ist es Zeit, das Gebiet auf der anderen Seite des gefrorenen Talsichs zu erforschen. Erkunde die Plätze, die ich markiert habe und komme dann wieder zu mir zurück. Das hier ist eine längere Expedition und du und dein Pferd Dark Angel halten die Strapazen wohl aus. Das war die Quest, die wir das letzte Mal abgebrochen hatten. Ich beende da die Aufnahme und dann ist die Quest gelöscht. Ich würde sagen, wir machen das erst für Nick und dann kümmern wir uns hier weiter um Volke, dass er sein Geschäft da aufbauen kann. So, mal schauen. Was wollte er jetzt von uns? Wir sollen das alles erkunden. Das ist ganz schön viel. Da schauen wir mal. Okay. Oh, wie kommen wir denn jetzt da hin? Einmal scheint das jetzt ja direkt vor uns zu sein. Hier irgendwo, ah da, ich seh's schon. Okay. So. So. Okay, jetzt habe ich gerade ganz blöd einen Haar im Auge. Das ist doch gemein. So ein blödes Haar. Jetzt habe ich's raus. Ah, ein Katzenhaar. Yay. Okay. So. Das haben wir. Angel, du stehst mir im Weg. Dann die Karte. Ich muss sagen, ich hoffe, dass wir das hier bald fertig haben. Das ist nämlich ein bisschen lahm, das die ganze Zeit zu machen. So. Okay. Dann da noch einmal Foto und dann haben wir hier die erste Stelle fertig. Okay. Gut. Jetzt die Frage. Wir haben einmal was hinter uns noch. Also so in die Richtung und einmal in die Richtung. Gehen wir doch erst hier in die Richtung. Ähm. Ja. Müssen wir hier den Weg hoch? Oh. So. Hm. Aber der Weg führt davon weg. Und der scheint auch hier nicht abzubiegen. Oder biegt der da ab? Nee. Das ist ja alles ein. Okay. Dann ist das die falsche Richtung. Dann gucken wir nochmal in die andere Richtung. Entschuldigung. Ähm. Ja. Gucken wir hier mal lang. Das müsste ja eigentlich hier oben irgendwo sein. So im Wald. Kommen wir hier hoch? Ja. Okay. Dann gucken wir mal. Da müsste das jetzt irgendwo auftauchen. Toll. Tut's aber nicht. Ah. Das ist bestimmt da oben. Kommt man da denn hier auf den Weg hin? Gucken wir mal. Man muss ja irgendwo hinführen. Ja. Sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Hm. Da. Gefunden. Hm. Okay. Und dann. Das da. Da noch ein Foto. Und dann haben wir noch die anderen beiden Sachen. Und dann haben wir glaube ich nur noch einen Punkt, den wir machen müssen, oder? Ist nur noch das da eingezeichnet. Und den Stift. Ähm. Und das Ding brauchen wir jetzt. So. So. Der Platz ist auch fertig. Dann. Äh. Auf zum nächsten. Nein. Warum ist bist du nicht fertig? Warum ist hier noch mehr? Aber der war doch fertig. Und wo ist jetzt hier dann das nächste? Noch ein Stück höher, oder? Ja. Wir gucken noch mal weiter hoch. Jetzt sind wir ja eh hier schon unterwegs. Und das andere müsste dann unten wieder sein. Mal schauen. Dann. Ich gehe jetzt noch weiter hoch. Eine Brücke. Und da ist nochmal eine Stelle. Okay. Und noch einmal Foto. Da oben ist ein Durchgangsverbotensschild. Das heißt, es ist für uns noch zu. Aber gucken werden wir trotzdem mal eben schnell. Wo geht es denn da hin? Kann man da was sehen? Auf die Karte gucken. Ähm. Ähm. Ja. Ne. Ich sehe nichts. Kommt da irgendwann was hin, oder? Der Weg in das Land der Asche ist blockiert. Aha. Okay. Okay. Naja. Mal schauen, ob wir da irgendwann hinkommen. So. Jetzt erstmal hier den einen Platz fertig machen. Dann müssen wir noch einmal das Fernglas benutzen. Und dann alles auf die Karte malen. So. Fernglas. Nein. Da lang. Und dann hoffe ich, dass es wirklich nur noch eine Stelle ist. Hier ist jetzt alles weg. So. Okay. Dann können wir jetzt hierher. Also das heißt erstmal wieder nach unten. So. Da bin ich der Meinung, dass das auf dem See war. Aber sicher bin ich mir da nicht. Müssen wir mal schauen. Das war jetzt hier das Stück Wald. Und dann müsste das jetzt irgendwann mal hier in die Richtung gehen. Und das ist der Weg, der nach oben führt. Da wollen wir nicht hin, oder? Wollen wir da doch hin? Hä. Aber da waren wir ja. Da war ja nichts, ne? Also. Äh. Hier ist alles zu. Ich würde gerne hier erstmal auf dem See lang gucken. Da kommen wir durch? Kommen wir da durch? Da kommen wir durch. So. Okay. Bäh. Da kommen wir nicht lang. Wo könnte das sein? Kommen wir da rüber? Ne. Hat nicht gereicht. Ah. Verdammt. Ist nur doch so weit um zu. Okay. Dann kommen wir da aber auch nicht hin, oder? Kommen wir da von hier aus hin? Hm. Wir gucken mal. Mensch, hier ist aber... Äh. So. Genug Anlauf. Hopp. Und dann da. Aber das könnte an den... An den Quellen sein, oder? Die sind doch da irgendwo in der Richtung. Ne. Das ist jetzt hinterm Hubschrauber wieder. Hä? Hallo? Ich bin verwirrt. Hier waren wir doch. Beziehungsweise. Da oben ist es. So. Jetzt die Frage. Wie kommen wir da hin? Da muss er hier irgendwo einen Weg nach oben führen. So. Nee, da kommen wir nicht nach oben. Das kann man vergessen. Jetzt sind wir am Dinosaurier, oder? Nee, da kommen wir nicht hoch. Wahrscheinlich gäbe es einen ganz einfachen Weg. Und ich mache mir das wieder unnötig schwer und lang hier. Aber wir müssen irgendwie nach oben. Und da kommen wir da hoch, auf jeden Fall. So. Okay. Wir sind auf jeden Fall jetzt auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, wir sind jetzt gleich da. Ja. Okay. Dann hier ein Foto. Und da ist wahrscheinlich das Fernglas. Das muss da wahrscheinlich hin. Nee, halt hier war Foto. Foto. Und da dann die Karte. Und da scheint das auch tatsächlich der letzte Platz zu sein, den wir machen müssen. Das ist schön. So. Gib her. Noch ein Foto. Und dann haben wir es geschafft. Das war wirklich lang. Okay. So. Und dann können wir zu Nick zurück. So. Okay. Wir gehen jetzt hier auf dem See lang und nicht auf dem Weg. Denn ich bin der Meinung, dass das hier kürzer ist. Anstatt dem Weg zu folgen. So. So. Dann müssten wir jetzt eigentlich auch gleich da sein. Ja. Und da geht es schon nach oben. Dann sind wir auch schon wieder zurück. Okay. 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 Ah, hier steht viel Zeug rum. So. So. Ich werde etwas in mich gehen und nachsehen, ob ich nicht etwas mehr Informationen über dieses Gebiet herausfinden kann. Wenn ich das gemacht habe, werde ich mein Wissen mit dir teilen. Nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Dankeschön. So. Jetzt würde ich aber nach dieser langen Expedition den Part beenden. Und ja. Wir gucken im nächsten Part, wie wir Nick und auch Professor Einstein und natürlich da hinten Volke weiterhelfen können. Also bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.